Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geheimakte Tonguska. In der letzten Folge haben wir eine rätselhafte Kassette in dem Zimmer unseres Vaters gefunden. Das haben wir hier mit diesem wunderbaren Kassettenrekorder abgespielt. Und meine Vermutung ist, dass auf dieser Kassette tatsächlich das Rätsel für das Passwort des Computers versteckt ist. Wird das hier noch ein bisschen... Ah, okay, hier wird es noch ein bisschen beschrieben. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Alles klar. Okay. Okay, das sind Zahlen. Also Auto die erste und die letzte. Lass uns mal zurückgehen. Ich habe eine Vermutung, was das sein kann, wenn wir rausgehen. Das Auto. Die erste und die letzte. Ist die 2 und die 3. Schön, dass ich super vorbereitet bin und mir was zu schreiben geholt habe. Nicht... Kleinen Augenblick, bitte. Das wäre die 2 und die 3. Okay. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher. Ich glaube, dass das die hier sind. Oh mein Gott. Ich meine, wie viele Löcher sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Also 4, ja. Okay. Und dann haben wir noch die Wächter meiner Arbeit. Das waren die Skulpturen, die links und rechts standen. Das sind also 2. Die Hälfte, korrekt? Oder? Und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Okay, sorry. Jetzt war ich raus. Also 2. Okay. Das heißt, ich habe die 2, 3, 4, 2. Kann das stimmen? Gucken wir mal. Wenn das stimmt, Leute. Oh mein Gott. Passwort geschützt. Ja, 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 ja. Denk nach, Nina. Denk nach. Wir wissen es, Nina. 2. 3. 4. 2. Kein Wunder, dass Papa sich die Zahlenkombination auf Kassette gesprochen hat. Auf das Passwort wird so schnell keiner kommen. Also ich glaube, das Schwierigste war das mit dem Gullideckel da. Also das zu zählen, weil ich wüsste jetzt nicht aus dem Kopf, wie viele Löcher dieser Gullideckel irgendwie hat. Aber cool, wir haben es geschafft, Leute. Ja. Dann schauen wir mal. Was gibt es denn hier? Man liest keine Mails von anderen Leuten. Andererseits, ungewöhnliche Situationen verlangen nach ungewöhnlichen Maßnahmen. Also fangen wir mal an zu schnüffeln. Im Posteingang sind nur zwei Mails. Eine über Potenzsteigerung und eine über Damen jenseits der 80. Beides fasziniert mich nicht übermäßig. Der Ordner gelöschte Objekte ist leer. Aber unter gesendete Objekte ist was an einen ok.nms.de betreff Tunguska. Könnte interessant sein. Ich mach die Nachricht mal auf. Hallo Olek. Lange nichts von dir gehört. Mir geht es wieder ganz gut. Und hab lange gebraucht, die ganze Sache zu verarbeiten. Wegen deiner Anfrage. Schon eine Ewigkeit her, dass ich mich damit beschäftigt hab. Und ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh. Ich hab die Typen einmal unterschätzt. Und dafür hat meine Frau mit dem Leben bezahlt. Ich hab mir damals geschworen, das Thema ein für alle Mal ruhen zu lassen. Nimm's mir nicht übel, aber dabei soll es bleiben. Aber jetzt, wo du wieder in der Nähe wohnst, können wir uns ja mal treffen. Würde mich wirklich freuen, dich mal wiederzusehen. Melde dich. Und sag Bescheid, wann und wo es dir passen würde. Dann sehen wir weiter. Wladimir Kalenko. Krass. Okay. Wir decken hier tatsächlich so ein riesiges Geheimnis auf, ne? Aufgrund des Verschwindens unseres Vaters. Alles klar. Ist hier noch was? Das ist die Mail, die mein Vater an diesen Olek geschrieben hat. Dankeschön, dass wir das jetzt gehabt haben. Okay, ich glaub, dann sind wir nämlich hier ready. Wir hatten noch am Aquarium was. Vielleicht kann uns dieser Henkel weiterhelfen, den wir draußen gefunden haben. Moment. Können der uns... Ne, das sieht nicht richtig aus. Warte, warte, warte. Kann der uns weiterhelfen? Oh, das kann uns auch hier weiterhelfen, oder? Das wär nice. Hm, okay. Können wir vielleicht irgendwas mit dem Handschuh... Können wir was kombinieren vielleicht? Näh. Warte mal, was sagt sie nochmal? Das Aquarium ist oben vergittert. Da passen meine Hände nicht durch. Dann verstehe ich aber nicht, warum sie das da nicht... Warum sie das damit nicht hochmacht irgendwie. Der Schlüssel hat nirgendwo eine Öffnung. Ja, 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 schon. Hm, okay. Also das ist tatsächlich hier noch was Offenes. Hm, was haben wir denn noch alles im Inventar? Eine gelbe Scherbe. Müssen wir vielleicht was... Müssen wir vielleicht was kombinieren? Hm. Okay. Ich hab halt gedacht, dass wir den Griff oben durch dieses... Durch das Ding machen. Aber... Das scheint's nicht zu sein. Hm. Hm. Neben einigen Fischen schwimmt da auch noch ein Schlüssel drin rum. Haben wir vielleicht... Da ist nur noch stinkendes und... Ja, ja, bla, 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 bla. Der Eimer ist voll mit Wasser. Ohne Griff kann ich den schlecht tragen. Einige Kollegen von mir würden sagen, das geht so nicht. Das funktioniert so nicht. Das kann ich so nicht machen. Ich weiß, und wie sie anspielt. Hm, das ist ja komisch. Also... Okay, Leute. Okay, okay, okay. Ganz... Mal ganz nüchtern betrachtet. Es muss was sein, was wir haben. Haben wir hier vielleicht was übersehen? Da ist noch eine Kiste. Ich sag's euch, Leute. Eine Kiste voller Gerümpel. Das schreit schon danach, dass ich darin was finde, was mir irgendwann noch mal nützlich sein wird. Klebstoff. Doppelseitiges Klebeband. Okay. Klebt vorne und klebt hinten. Klebt auch rechts und links. Klebt quasi überall. Alles klar. Hm. Okay. Wir haben jetzt noch das Klebeband gefunden. Das war auf jeden Fall wichtig. Ich glaub, hier hinten war nichts weiter. Hier ist das Motorrad nur. Hier haben wir den Eimer. Das sieht auch nicht so aus, als hätten wir da noch was machen können. Wir können auch nicht hier irgendwas tun, oder? Nee. Okay, und das? Ein Kleber für Porzellan und Kunststoff. Okay, okay, okay. Wahrscheinlich brauchen wir den später. Weil vielleicht ist das connected zu dieser gelben Scherbe. Vielleicht ist das da irgendwie was, dass das verbunden ist miteinander. Oder können wir das hier am Aquarium noch gar nicht machen, weil wir nochmal woanders hin müssen? Ja. Ja, es ist wie ein Blind Run. Ich hab's ja am Anfang ja mal gesagt. Ich hab das nur einmal gesehen, das Let's Play. Und das ist ewig her. Das andere. Hm. Okay. Ich würd mal schauen. Vielleicht müssen wir ja auch erst woanders hin. Lasst uns mal gucken, ob sie woanders hinfährt. Zum Museum will sie nur. Okay, vielleicht finden wir da ja noch was. Oh. Oh Gott. Ja. Okay, können wir mit der reden? Tja. Also erzähl mal. Hast du hier wirklich übernachtet? Ja. Wieso denn? Hast du kein Zuhause? Doch, aber ich hab mich nicht getraut. Nach Hause zu gehen? Ja. Ich werde bestimmt ganz furchtbar dollen Ärger kriegen. Mein Fahrrad ist kaputt und die Kamera vom Papa auch. Und deswegen hast du hier draußen in der Kälte übernachtet? Wie ist denn das passiert? Ich hab hier vor dem Museum gespielt und plötzlich, ich hatte Angst. Ich wusste nicht genau wieso, aber ich hab mich lieber mal im Gebüsch versteckt. Und dann kamen plötzlich so komische Männer in schwarzen Kostümen. Ich saß also in meinem Busch und plötzlich bekam ich noch viel mehr Angst. Ich wollte nur noch weg. Und dann hab ich aus Versehen auf die Kamera gedrückt. Es gab einen hellen Blitz und die Männer haben sich umgedreht. Sie haben mich angeschaut, aber... Aber was? Aber sie hatten keine Gesichter. Es war so schrecklich. Und dann bin ich einfach weggelaufen. Ich bin nur noch gelaufen, soweit ich konnte. Irgendwann hab ich dann gemerkt, dass ich meine Kamera verloren hatte. Und so musste ich wieder zurück. Die unheimlichen Männer waren zum Glück nicht mehr da. Die Kamera hab ich auch wiedergefunden, aber sie ging nicht mehr. Und da ja auch noch mein Fahrrad kaputt war, hab ich mich nicht mehr nach Hause getraut. Hilfst du mir? Kommst du mit nach Hause? Oder kann ich bei dir wohnen? Nein, das besser nicht. Ich werde dir helfen, die Sachen wieder zu reparieren. Aber du musst mir auch versprechen, dann ganz schnell wieder nach Hause zu gehen. Deine Eltern machen sich bestimmt schon ganz große Sorgen. Na gut. Ach Gottchen. Aber sie hat was ganz Interessantes gesagt. Sie hat die Leute auch gesehen vor dem Museum. Der Eddie, dieser... Das ist der Hausmeister. Der hat das doch auch beobachtet. Und wir haben erst gedacht, er hat sich irgendwie das nur eingebildet. Aber sie hat das bestätigt nochmal. Okay. Was ist denn mit deinem Fahrrad? Ich glaube, ich bin in so eine blöde Scherbe bei der Baustelle gefahren. Und nun hab ich einen Platten. Dabei ist das Rad ganz neu. Und meine Mutter hat extra gesagt, ich soll gut darauf aufpassen. Weil wir haben nicht so viel Geld, weißt du? Und da können wir uns kein neues Fahrrad leisten. Keine Sorge. Wegen eines platten Reifens brauchst du nicht gleich ein neues Fahrrad kaufen. Ich kann mir das ja mal ansehen. Und deine Kamera auch. Würdest du das tun? Ach, du bist lieb. Aber kannst du das überhaupt? Klar, kein Problem. Gib schon her. Ich weiß nicht. Kein Thema. Was, wenn du gar nicht so gut reparieren kannst? Mach erst einmal das Fahrrad wieder heil. Wenn du das geschafft hast, kriegst du auch die Kamera. Die war nämlich bestimmt ganz teuer. Und wenn du die noch kaputter machst? Ja, ja. Schon verstanden. Ich muss erstmal meine Fähigkeiten beweisen. Also gut. Dann fangen wir mal mit dem Rad an. Dieses Foto ist meine einzige Hoffnung auf eine erste richtig heiße Spur. Also wird mir wohl nichts übrig bleiben, als erstmal den Reifen zu reparieren. Ah, okay, okay, okay. Aber voll nett von ihr. Beweist das erstmal. Wow. Zeig doch mal deine Kamera her. Erst mein Fahrrad reparieren. Du bist ganz schön hartnäckig. Ja, das sagt meine Mami auch immer. Recht hat sie. Lol. Bis später. Bis später. Aber du kommst wieder, versprochen. Klar, mach dir keine Sorgen. Okay. Ich habe eine Vermutung, was wir machen können. Der Schlauch hat ein Loch. Alles klar, dann... Oh, dann nimm das doch mal bitte mit. Ich werde mal den Schlauch ausbauen. Ja, machen wir einfach mal. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Das hatte ich... Als Kind haben wir das auch immer gemacht. Wir haben den Schlauch ins Wasser gehalten. Und dann haben wir gewusst, wo das Loch ist. Und wir haben ja so einen Wassereimer zu Hause bei uns. Das könnte auf jeden Fall helfen. Dann lass uns das mal als erstes machen. Ja, ja, ja. Ist auch schön, wie viel CO2 wir verbrauchen. Wow. So werde ich das Loch im Schlauch wohl kaum finden können. Hä? Okay, Moment. Hier? Der Schlauch ist definitiv kaputt. Da kommt irgendwo Luft raus. Ich müsste nur rausfinden, wo. Ging das nicht mit Wasser? Ah, ja. Ah, okay. Ich werde den Schlauch mal ins Wasser halten und beobachten, wo Luftblasen aufsteigen. So. Hab das Loch gefunden und die Stelle markiert. Alles klar. Und können wir das dann so machen? Oh, das geht nicht? Hä? Warum geht das nicht? Geht das damit? Solange ich nichts habe, was ich als Flickzeug verwenden kann, sollte ich den Schlauch besser nicht zugleistern. Okay, aber wir haben auf jeden Fall erstmal das Loch rausgefunden. Oh, können wir den Gummihandschuh benutzen? Keine Ahnung, ob der Gummihandschuh als provisorisches Flickzeug funktionieren würde. Ihn einfach so in den Schlauch reinzustopfen, wird aber auf jeden Fall nicht reichen. Alles klar. Solange ich nichts habe, was ich als... Okay, okay. So, jetzt habe ich den Handschuh mit Kleber eingestrichen. Hoffentlich trocknet das Zeug nicht so schnell. Alles klar. Und jetzt geht das, ne? Alles klar. Wir haben den gepflegten Schlauch. Müssen wir das jetzt noch drüber machen? Nein, okay. Das müssen wir nicht machen. Okay, dann lassen wir uns mal zurückfahren. Zum Museum. Und das dort einbauen. Okay, das war jetzt relativ easy. Okay. Aber ihre Stimme ist süß. Ist das die Stimme von Sailor Moon? Können wir da ganz kurz drüber sprechen? Das ist doch Sailor Moons Stimme. Voll niedlich. Wow. Wow. Okay. Okay. Bis später. Aber du kommst wieder, versprochen? Klar, mach dir keine Sorgen. Okay. Die Digitalkamera macht keinen Mucks mehr. Wie ich die wieder hinkriegen soll, ist mir schleierhaft. Aber ich hoffe immer noch auf ein paar aussagekräftige Fotos. Okay. Hm. Die müssen wir irgendwie reparieren. Hm. Lass uns mal reingehen. Das Museum ist geschlossen. Und Max meinte, er sei erst gegen Abend wieder da. Bis dahin werde ich mich wohl noch gedulden müssen. Okay. Hat sich auch erledigt. Wow. Hm. Okay. Gut. Ich gehe davon aus, dass wir hier erst mal nichts weiter machen können, oder? Nee, das sind jetzt die beiden. Nee, mehr ist da erst mal nicht. Und das hatten wir ja schon. Das Fahrrad ist ja repariert. Müssen wir dann doch wieder nach Hause? Oh, ich hoffe, dass es jetzt hier nicht so lange dauert, dass euch das jetzt nicht irgendwie nervt oder so, dieses Hin und Her. Aber ich habe... Es ist wie ein Blind Run, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Hm. Müssen wir da vielleicht was mit dem PC machen? Ist da vielleicht... Müssen wir da irgendwas anschließen oder so? Nee. Nee, 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 nee. Äh? Okay, den Salzstreuer hätte ich... Wow. Salz. Im Mittelalter auch das weiße Gold genannt. Okay, wir haben Salz gefunden. Okay. Okay. Sonst ist hier nichts weiter. Ja, das ist nur die Nachricht, die wir schon haben. Okay, 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 okay. Äh? Wie reparieren wir die Kamera? Okay. Oh, wow. Also, Leute, ich weiß, ich benutze das jetzt relativ häufig mit dieser Space-Taste, aber bestimmte Dinge, zum Beispiel dieses Buch, das hätte ich ja sonst gar nicht gefunden. Das ist ja mega krass versteckt. Eine Biografie von Dieter Dielen. Seit wann liest mein Vater denn so einen Schund? Okay. Hoffentlich erwartet keiner von mir, dass ich das lese. Oh, das Buch hat ein Schloss. Und anscheinend ist es gar kein Buch, sondern eine Art Schatulle. Gut getarnt als langweiliger Schmöker, den kein Mensch freiwillig anfassen würde. Ah. Hä? Die Schatulle ist mit einem Schloss gesichert. Der Schlüssel dürfte ziemlich flach sein, sodass der übliche Haarspangentrick wohl nicht funktionieren wird. Ah, vielleicht ist das der Schlüssel, den wir in dem Aquarium drin haben. Und das hatten wir ja hier auch noch, den Kassettenspieler. Wow. Das Ding ist schrottreif. Außerdem fehlen die Kopfhörer. Das Ding ist schrottreif. Hm. Da sind Batterien drin. Vielleicht funktionieren die ja noch. Oh. Das Gerät selbst ist jedenfalls hinüber. Ich lasse es mal hier. Muss ja nicht unnötig viel Schrott mit mir herumschleppen. Aber Leute, ganz kurz. Kann es sein, dass die Kamera gar nicht kaputt ist, sondern dass sie nur neue Batterien... Oh mein Gott, sag mir das bitte nicht. Wer sagt es denn? Funktioniert doch. Wow. Die Batterien waren einfach nur leer. Jetzt bin ich mal gespannt, was auf den Bildern zu sehen ist. Alles Bilder von der kleinen Lisa. Aber hier. Zwei kleine Gestalten in schwarzen Ruben. Leider sind die Gesichter darauf nicht zu erkennen. Dann könnte Eddie doch recht gehabt haben. Vielleicht sollte ich mich nochmal mit ihm unterhalten. Das Mädchen hat einfach nur keine... Also, die brauchte einfach nur neue Batterien. Really? Wow. Okay. Was bedeutet... Ah ja, okay. Hier haben wir jetzt die Fotos. Könnten die schwarzen Kurten ein Hinweis auf eine Sekte sein? Und was bedeuten die seltsamen Symbole darauf? Okay. Okay, 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 okay. Wie crazy, ne? Aber dennoch, wir müssen immer noch das Rätsel mit diesem Aquarium... ...also lösen. Das wurmt mich jetzt auch ein bisschen. Aber lass uns mal zurückgehen, weil... ...wir können ja den kleinen Mädchen jetzt auch die Kamera zurückgeben. Zumindest, dass wir das lösen. Vielleicht kriegen wir auch was von ihr. Wow, girl. Wow. Hier, ich hab deine Kamera repariert. Wirklich? Super. Du hast es tatsächlich geschafft. Du bist dein Schatz. Dankeschön. Gern geschehen. Hier. Dafür bekommst du auch meinen Glücksbringer. Es ist ein kleiner Magnet in Form eines Hamsters. Bei uns hängt er immer an der Mikrowelle. Aber jetzt sollst du ihn haben. Oh, vielen Dank. Jetzt aber schnell nach Hause. Deine Eltern werden sicher schon ganz krank sein, Vorsorge. Ich kann das derzeit leider viel zu gut nachvollziehen. Wie cool das auch animiert ist, oder, Leute? Das ist ja nice. Okay, Leute, ich hab eine richtig geile Idee. Oh mein Gott. Easy peasy. Okay, ich glaube, dass wir... Äh, Moment, 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 Moment. Müssen wir das hier vielleicht irgendwo dran machen? Hä? Moment. Okay, die Idee wäre gewesen, dass wir an diese Radspeiche den Magneten... Oder geht das... Geht das einfach... Wow, es geht einfach so. Okay. Ich werde mal versuchen, mit dem Magneten den Schlüssel an der Scheibe hochzuziehen. Hab ihn. What? Das war's schon? Wieso denke ich eigentlich immer viel komplizierter? Unglaublich. Okay, wir haben den Schlüssel. Das Adressbuch meines Vaters. Ja! Das könnte mir weiterhelfen. Und dazu noch ein kleiner Zettel an einem Bändchen. Oh mein Gott, bin ich gut. Ich bin ja richtig gut. Ja! Okay, wir haben hier ein Adressbuch und einen Zettel. Was steht denn da drauf? Auf dem Zettel steht eine Nummer. L A 60 AK 19 AL. Darunter ist eine Beschreibung von einem Diadem, das wohl vor knapp 200 Jahren einer orientalischen Prinzessin geraubt wurde. Ursprünglich waren drei der größten Edelsteine der Welt in dieses Diadem eingearbeitet. Links ein Smaragd, rechts ein Rubin und in der Mitte ein Amethyst. Auf der Rückseite hat mein Vater handschriftlich noch etwas vermerkt. Das Diadem wird die wahre Prinzessin erleuchten und sie wird feststellen, dass Geld nicht der größte Schatz ist. Alles klar. Und dann haben wir hier noch das Adressbuch. Mal sehen, ob dieser Oleg drin steht, dem mein Vater diese E-Mail geschrieben hat. Ja, hier. Oleg Kamburski. Der wohnt sogar ganz in der Nähe. Vielleicht sollte ich ihm mal einen Besuch abstatten. Ja, wie nice. Das heißt, wir haben jetzt die Adresse, wir haben irgendeinen rätselhaften Zettel, wir haben, ja okay, wir konnten das Rätsel auf jeden Fall lösen mit dem Aquarium. Das heißt, wir können jetzt im nächsten Step diesen Kollegen tatsächlich, diesen Oleg auf jeden Fall auch besuchen. Uh, also okay, ich merke schon, ich denke komplizierter, als es eigentlich ist. Leute, ich mache jetzt hier einen Cut. Wir besuchen den rätselhaften Freund unseres Vaters im nächsten Part. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Danke, dass ihr euch das Video angesehen habt. Hinterlasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal gerne. Kommt gerne auf unseren Community Discord. Links gibt es alles unten in der Infobox. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Geheimakte Tunguska. Bis dann. Bye. 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 Vielen Dank.